Ok Ok, Verteidigung gescheitert Ja Ja, aber warum muss ich jetzt hier eigentlich hin? Jetzt 8 da unten Da muss ich hin, ich habe mich ganz alt gewundert Ist die schon wieder tot? Die Frau hat echt nicht drauf, wa? Ähm, ja, Verteidigung gescheitert Gibt es hier einen Computer? Dann lass mich mal rein Ok Ja Ja Ist hier irgendwas? Nö Aber hier ist was Weil wir müssen ja hier irgendwie runter Und ich denke mir, es ist ein Fahrstuhl Genau, ein Fahrstuhl ist das Ja, ich bin auf dem Planeten, wo ich nicht so ganz beliebt Und sollte hier auch lieber einen anderen Spielstand machen, wa? Was ist das, was ich höre über die Ordenkortest? Ok Habe ich gar nicht registriert Ah Und ich stecke da mal das Teil hier weg Ja 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 Hat ja geklappt, wa? Wo muss ich nennen? Ich komme, der versperrt. Hey, was denkst du, du machst? Jaaaahhh. Ah, sorry für den Verständnis. Ich halte hier nur ordentlich die Luft an. Öffnen. Ich muss da rüber. Weil die Frage ist wie. Ja. Okay. Da würde ich hin. Wir sind alle beide tot. Ich muss den echt mal, wenn ich rausfinde wie das funktioniert. Wo denn? Ähm. Okay. Kann im Kampf nicht benutzt werden, also muss ich ihn das mal umbringen. Gut. Reicht das? Was? Da kann ich die... so. Wer ist denn hier noch? Okay. Hat sich das jetzt hier beruhigt? Okay. Sind das Klone? Meine Güte ey. Lass mich erstmal raus hier. Ich bin ja hier nicht so ganz beliebt. Gut. Ähm. Kann ich da meinen Tanten Ausrüstung geben? Ah. Wir haben jetzt diese Kleidung hier zum Beispiel. Haben wir hier 9, 9, 9, 21. Ich gebe dir jetzt mal den Helm 21. Und gut. Gut. Dann haben wir die hier. Die kriegt auch einen besseren Helm. 29. Und die kriegt die Rüstung. Okay. Dann müssen wir mal bei den Waffen schauen. Sie hat jetzt hier die... Was ist das schon? Da haben wir geile Waffe. Nahkampf. 109. Haben wir hier was besseres. 137. 138. 168. So. Dann die Tante hier. Was gibt man denn der? Die hat ja 121. Die Waffe ist in Ordnung. Die hat 120, 121, 133. Gut. Die hat hier ja 121. Hier. Da gibt man mal die Waffe. Und damit ähm. Sollten ja nicht erstmal ganz gut geschützt sein. Ja komm. Wer sind jetzt? Wer gehört jetzt zu mir? Hm. Hm. Okay. Ich würde die gerne raus. Gut. Boah. Ist der stark. Ist der stark. Ist der stark. Ist der stark. genau. Jetzt müsste ich hier. Komme ich jetzt hier raus. Ich würde die gerne hier raus. Wo ist meine Tante? Ich hatte schon eine bessere Ausrüstung gegeben. Und die ist immer noch tot. Gut. Das ist wer da. Oh. Da liegt noch eine Hand von ihm. Und wahrscheinlich muss ich jetzt hier raus. Ja. Wie gesagt. Ich kann es Pawikicisch aufnehmen, gleichfe Auft fists. Wie gesagt. Wie geht es, Schipzig und gab es initiert. Ich brauche es für mich. Schasen.